Es wird mal wieder Zeit für eine ganz beliebte Folge bei Jojo und der ProfCast. Quatsch, wir sind hier bei Jojo und der Professor und zwar geht es um, es ist eine weitere Folge, Groundspotting, ihr erinnert euch? Groundspotting, wenn man das Stadion sucht und nicht gespielt wird, dann guckt man in die Röhre und zwar sind wir hier am Dover Bridge, denn man sieht es da hinten so ein bisschen türkises Wasser, ist natürlich immer mega, sehr sehr schön in Barbados tatsächlich und hier ist er, der Ground, ein Basketballfeld, nein, keine Sorge, bevor der ProfCast gleich wieder die totale Meise kriegt, da hinten, das ist der Zweitliga Ground, ruichtens, ruichtens, also ich keine Ahnung, wie das ausspricht, ein wunderschönes Teil und es ist einfach geiles Wetter hier, es ist einfach besonders schön in der Karibik unterwegs zu sein und geil finde ich, das wollte ich euch nochmal kurz zeigen, sind nämlich die Linien, die sind nicht gekreidet, sondern die sind einfach gekratzt, warte, guck mal, so kann man das hier auch kreide sparen, also guck mal da, so, die ist einfach gekratzt, das Gute ist, da bleibt der Wald ja wahrscheinlich auch so liegen, wenn man dann doch mal ins Auto ist, ja, das war Groundspotting auf Barbados, ciao, ciao.